Hallo an alle Car-System und Open-Car-Freunde da draußen. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video über meine Tutorial-Serie Steuerung des Open-Car-Systems mit iCar. Schön, dass ihr dieses Video wieder eingeschaltet habt. Im letzten Video habe ich euch ja gezeigt, wie wir so ein Fahrzeug hier in iCar einmessen können, damit iCar weiß, bei welcher Geschwindigkeitsstufe das Fahrzeug wie schnell fährt. Und heute geht es jetzt darum, dass wir endlich das Fahrzeug mal computergestützt fahren lassen. Auch da bietet iCar mehrere Möglichkeiten an und die werde ich euch heute jetzt einfach mal zeigen. Und damit wir auch nicht zu viel Zeit verlieren, würde ich sagen, legen wir doch gleich los. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Natürlich habe ich schon wieder iCar gestartet und habe unser Tutorial-Projekt geöffnet. So haben wir es eigentlich das letzte Mal verlassen. Und die einfachste Art und Weise, wie wir jetzt ein Fahrzeug, computergesteuert, fahren lassen können in iCar, ist eben ganz einfach. Ich stelle mein Fahrzeug hier, Hardware-Technik, jetzt sage ich mal einfach in den Block hier. Ja, da stelle ich das jetzt einfach mal rein. Und die einfachste Art und Weise, wie ich jetzt mein Fahrzeug hier in diesen Fahrstreifen bekomme, ist einfach, ich nehme mein Fahrzeug und ziehe es zum Beispiel hier auf den Welder. Schwuppdiwupp. Und schon ist mein Fahrzeug hier in diesem Fahrstreifen hinterlegt. Wenn ich hier dann auch Doppelklick drauf mache, sagt er, das ist 7,5 cm lang und steht bei einer Position von 17 cm. Klar, das ist die Position, wo hier der Melder ist. Ob das jetzt hier in der Realität wirklich mal eine 17 cm sind, ist jetzt nicht so dramatisch, weil spätestens, wenn mein Fahrzeug jetzt losfährt und in den nächsten Welder passiert, aktualisiert sich die Software. Und jetzt kann ich eigentlich hergehen, kann hier unten mein Fahrzeug auswählen. Und jetzt kann ich einfach hier unten über diesen Playbutton mein Fahrzeug hier starten. Wenn ich das Ganze hier so mache, dann fährt jetzt EIKA mein Fahrzeug so lange durch alle Blöcke, wo das Fahrzeug halt durch darf, beziehungsweise alle Fahrstreifen, wo das Fahrzeug durch darf, bis eben der Akku leer ist. Ich gebe EIKA jetzt keine Routen oder sowas vor, sondern EIKA fährt das Fahrzeug komplett eigengemächtig. Ja, das seht ihr auch. Mal fährt es hier rein und mal fährt es hier rein. Wenn ich dann noch hergehe und, jetzt gucken wir mal, wo er hinfährt, ja, wenn ich jetzt dann hergehe und schalte hier zum Beispiel die Ampel auf rot, dann hält er das Fahrzeug auch an, ja. Und wenn ich die Ampel wieder auf grün schalte, geht das Ganze wieder weiter. Also, da kann ich ein bisschen die Fahrzeuge beeinflussen, aber ich habe jetzt halt keine genaue Kontrolle, welche Fahrstreifen mein Fahrzeug durchfahren wird. Das macht EIKA vollkommen automatisch. Ihr seht auch, der Blinker funktioniert wunderbar, ne? So, und wenn ich dann mein Fahrzeug wieder anhalten möchte, muss ich einfach hier unten auf den Abbrechen-Button klicken. So, und jetzt rollt mein Fahrzeug noch aus und das war's. Das ist mal die einfachste Art und Weise, wie ich ein Fahrzeug fahren kann. Ist, sag ich mal, relativ simpel und einfach und, ja, erfüllt eigentlich auch schon seinen Zweck. Aber es gibt immer mal wieder Situationen, wo ich eigentlich eine genaue Kontrolle haben möchte, durch welche Fahrstreifen mein Fahrzeug fährt oder einem Fahrzeug eine genaue Route, ja, eine genaue Route mitgeben möchte, wo ich sage, okay, Fahrzeug, du fährst jetzt durch die großen Straßen in der Stadt. Mal ganz blöd gesagt jetzt, ja. Also, oder ich habe eine Buslinie, wo ich sage, mein Bus soll eigentlich immer eine bestimmte Linie abfahren. Der soll gar nirgends anders dahin fahren, ja. Solche Sachen gibt es ja und dafür bietet EIKA noch eine weitere Möglichkeit, die Autos zu steuern und die zeige ich euch jetzt. Und jetzt gehen wir einfach mal hier oben bei Bearbeiten auf den Auswahlpunkt Autorouten. Und hier sehen wir, öffnet sich so ein Fenster und das ist natürlich momentan noch komplett leer, weil wir haben ja noch nichts eingegeben und dann klicken wir zunächst erstmal auf Neu. Und wenn wir auf Neu klicken, werden hier oben unsere beiden Auswahlfelder, unsere beiden Felder hier oben editierbar. Und jetzt geben wir einfach mal ein, ich nenne das Ganze jetzt einfach mal Route 1. So, bei der Beschreibung, ja, weiß ich wieder nicht, was ich eingeben soll. Und meine Route 1, die soll jetzt eben einfach so sein, dass ich sage, okay, mein Unimog soll einfach mal hier vom Block 1 wieder in den Block 1 fahren. Oder, ja, in den Fahrstreifen 1. Und so, das will ich jetzt erreichen. Dazu muss ich hier unten bei Elemente alle Fahrstreifen hinterlegen, die mein Fahrzeug auf dieser Route durchläuft. Bedeutet, die Elementeliste ist momentan leer. Ich sage jetzt einfach hier anhängen. Dann erscheint hier jetzt einfach mal Block 2. Das ändern wir jetzt in Block 1. Wie ihr seht, hier können wir auch noch Wartezeiten hinterlegen, etc. Das machen wir momentan mal noch nicht. Das machen wir dann in einem weiteren Video mal. Wichtig ist, wir müssen jetzt diesen Block als Startblock markieren. Deshalb sagen wir hier jetzt Start. So, dann kommt als nächstes der Block 3. Dazu gehen wir wieder auf anfügen. Und ihr seht, den hat er auch schon. Und als drittes muss dann wieder mein Block 1 rein. Und ihr seht, er weiß eigentlich auch jetzt schon ein bisschen, wo die Reise hingehen soll. Ja, also Aika ist da schon so ein bisschen intelligent, dass das das merkt. Und ihr seht, hier ist jetzt so ein Plus drin. Das bedeutet, er sagt jetzt, ja, okay, ich kann hier in den Block 1 oder in den Block 2 fahren. Da ich aber in den Block 2 nicht möchte, entferne ich diesen einfach wieder und sage jetzt hier, mein Block 1 ist mein Ende. So. Das Ganze übernehmen wir. Und jetzt haben wir hier unsere Route 1. Oh Gott, Route, 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 Route. Oh Gott, was habe ich da eingegeben? Route. Ja. Übernehmen nochmal, dass das auch richtig geschrieben ist. So, jetzt haben wir hier unsere Route 1. So weit, so gut. Da hätten wir jetzt die mal angelegt. Bei Optionen kann ich übrigens noch sagen, wie oft er das Ganze wiederholen soll. Also soll er einmal die Route abfahren, also zweimal, etc. pp. Das Ganze lassen wir jetzt einfach mal auf 1. So. Damit schließen wir auch das Fenster schon. Und jetzt müssen wir natürlich unser Fahrzeug noch auf diese Route setzen. Ja. Weil momentan hat er hier keine Route drin. Wenn wir jetzt hier unten hergehen und gucken, ja, naja, wo ist denn jetzt meine Route? Äh, ja, die fehlt momentan komplett, ne? Damit die hier unten jetzt, damit ich die jetzt bei dem Fahrzeug hier auswählen kann, muss ich noch einmal bei Bearbeiten Autos rein, mein Unimug anwählen. Und hier bei dem Reiter Routen, seht ihr, die Route ist aktiv, aber die muss ich auch noch auswählen. Damit eben EIKA auch weiß, aha, die Route ist für dieses Fahrzeug gültig. Das Ganze natürlich mit Übernehmen wieder übernehmen. Und wenn wir jetzt hier unten bei Route gucken, da, ha, guckt mal einer an, da ist meine Route. Und jetzt wähle ich einfach meine Route aus und dann kann ich wieder hier auf meinen Start-Button klicken. Und mein Fahrzeug fährt eben genau diese Route. Und das Ganze genau einmal. So einfach ist das Ganze. Und wenn ich wieder auf Start klicke, dann macht er das Gleiche wieder. Seht ihr? So einfach. Jetzt können wir natürlich auch noch mal reingehen, gehen noch mal in unsere Autorouten und sagen, doch einfach mal hier, na, dann fahr halt fünfmal das Ganze. Übernehmen. Jetzt starten wir das Ganze mal. Und ihr seht, ähm, irgendwie komisch, ne? Wir haben ja eingegeben, der soll das Ganze fünfmal durchfahren. Ähm, ja. Aber er macht es einmal. Meine Autoroute ist auch nicht beendet worden, sondern die steht nach wie vor auf Fahren. Also normal sollte er fahren, aber macht er nicht. Hä, ja. Das kommt nämlich daher, weil ich eben nämlich bei der Konfiguration einen klassischen Fehler gemacht habe. Äh, dazu gehen wir jetzt noch mal in die Autoroute rein. Und wir gucken uns das Ganze jetzt noch mal an. Ich habe ja gesagt, da sollen alle Blöcke hinterlegt sein. In der Route sollen alle Blöcke hinterlegt sein, die mein Fahrzeug fährt. Ja, oder durchfährt. Und, ja, ihr seht ja, das ist ja nichts einfacher als das. Meine Route beginnt eigentlich im Block 1, endet wieder im Block 1. Dazwischen läuft er noch durch den Block 3 oder Fahrstreifen Block 3. Ja, sieht doch eigentlich nicht schlecht aus, ne? Und mein Fehler bei dem Anlegen ist, dass ich hier oben den ersten, als ersten Eintrag den Block 1 drin habe. Und, ähm, wenn ich den nämlich jetzt hier rausnehme und sage hier unten bei Markierung nicht Ende, sondern Ende Start. Und meine Route beginnt quasi mit dem Block 3. Das ist sozusagen der nächste Block, ja, der nächstgelegene Block von meinem Startpunkt. Damit beginnen hier meine Listen-Einträge. Und zum Schluss gebe ich einfach an Ende Start. So, jetzt übernehmen wir das Ganze noch mal und schauen uns das Ganze noch mal an. Wir starten das Ganze noch mal. Wir sehen, unser Fahrzeug setzt sich wieder wunderschön in Bewegung. Aber jetzt, voila, fährt mein Fahrzeug ohne anzuhalten. Eine zweite Runde. Eine dritte Runde. Eine vierte Runde. Und, wenn man es wüsste, bin ich mal gespannt, das weiß ich nicht genau, ob ich falsch gezählt habe. Ja, genau. Und jetzt hält er wieder an. Seht ihr? So einfach ist das, wenn man nur weiß, wo man seinen Fehler gemacht hat. Aber ich habe gedacht, ich lasse den Fehler jetzt auch extra mal drin, damit ihr seht, auch ich mache immer wieder Fehler. Und wichtig ist ja nur, damit wir unsere Fehler wissen und sie auch weggeben können. Vielleicht noch was bearbeiten. Ich gehe noch mal in Autorouten. Wenn ich jetzt so eine Route habe, ich meine, hier ist es jetzt wirklich relativ easy. Mit den paar Blöcken, da habe ich nicht viel Arbeit. Das kann ich jederzeit immer wieder neu zusammenbasteln. Ja, wenn ich natürlich da jetzt tausende von Blöcken drin habe oder hunderte von Blöcken, dann wird das natürlich irgendwann mühselig. Wenn ich vielleicht eine ähnliche Route habe, wo bloß ein oder zwei Blöcke unterschiedlich sind. Darum kann ich auch so eine fertig konfigurierte Route einfach kopieren. Er legt die dann quasi mit so einem skriptischen Zeichen hier an. Dann sage ich halt einfach, das ist meine Route 2, übernehme das Ganze. Dann wird die hier unten angelegt. Jetzt gehe ich hier drauf und sage einfach hier anstelle Block 1, das Ganze ist mein Block 2. Und schon habe ich quasi sämtliche Einstellungen, auch die ganzen Optionen hier, habe ich alles mit übernommen. So einfach kann ich auch eine Route kopieren. Jetzt könnte ich natürlich hergehen, könnte mein Unimog einfach mal hier draufstellen. Jetzt fliegt er natürlich hier raus. So das Ganze nochmal und wir gehen. Was er natürlich jetzt nicht macht, ist hier unten die Route bei dem Auto hinterlegen. Das muss ich dann natürlich trotzdem immer noch bei den Autos separat machen, händig machen. Auch hier muss ich wieder die Auswahl anklicken. Aber jetzt habe ich hier meine Route 2 und jetzt brauche ich einfach noch hier unten auf Start klicken und ihr seht, mein Fahrzeug fährt jetzt exakt fünfmal diese Route. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende des heutigen Videos angelangt. Natürlich kann man mit den Autorouten noch viel, viel mehr machen und so weiter. Aber ich denke für den Einstieg reicht das Ganze einfach mal. Wie immer hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne den Daumen nach oben. Wenn ich irgendwie was Falsches erzählt habe, dann schreibt mir es gerne in die Kommentare. Dann werde ich das Ganze irgendwie nochmal über ein separates Video nochmal berichtigen. Ansonsten wünsche ich euch wieder eine gute Zeit und hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Björn. Vielen Dank. Vielen Dank.